Ein junges, verliebtes Paar nimmt sich am Bruderstern ein Taxi und steigt dort ein. Und der Mann sagt dem Taxifahrer, bitte in die Simmeringer Hauptstraße 3425. Ja gut, die steigen ein und versinken am Rücksitz und schmusen sich an. Und der Taxler fährt, ja, und die fahren und fahren schon Richtung Zentralfriedhof vorbei. Und bis schwächert fast. Und der kehrt schon um, weil der findet die Nummer nicht. Und er so, ja, ist ganz verwirrt. Und die fahren dann schon eine Stunde und man dumm, also wirklich lang. Und auf einmal dreht sich der Taxler rüber zu dem Paar und sagt, entschuldigen Sie, wie war die Nummer? Da sagt der Mann, einmal. Prost, Maxi.